Achja, das... Oh, Nanoteam. Oh, mein Inventar ist etwas voll. So, wie kann man den... Hören wir mal nach. Hydrogen und Oxygen. So. Oh, es fehlte Gaio Masini. Da machen wir mal das Carbon rein. Ich glaube, ich müsste jetzt auch gleich genug haben. Bist du dir da ganz sicher? Nein. Gut. Sollte man sich nicht nehmen. Was? Na ja. So. So. Das bekommen wir erst nach der... Fürs Wett, meinst du, braucht man da das Dash gedünst? Für was braucht man das Dash gedünst? Fürs Wett? Äh, ja. Oh, ja. Ich sehe es. Ah, ist das ätzend. Dafür dann mein Eisen. Achja, achja. So, lassen wir dann auch mal ein bisschen... Was macht dann eigentlich mein... Was macht dann eigentlich meine Baumfarm? Rumsitzen. Gucken wir doch mal. Guck mal, wie viel Material wir schon mal haben. Hat schon fast ein Stack Holz wieder drin gehabt. Äh. Bachsachen. Machen wir das doch einfach mal. 55 Holz Stämme. Nehme ich das einfach mal als Fuel dafür. Macht das nicht automatisch? Ne, weil noch Kohle drin war. Ich habe jetzt die restliche Kohle rausgenommen. Und was haben wir hier? 37... Oh, hier haben wir aber kein... Fuel mehr. Guck, 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 guck. Aaah, ne mehr Moonen! Uh, ha! Juhu! Melonen, Melonen! Schön. Den kann ich ja mal. So. Melonen, tadadadadat. ach du machst rohstoffe ja ich probiere mal so ein bisschen mal gucken wie weit wir kommen so 13 ich glaube ich noch nicht welche fast in die lava gesprungen ja das ist sicher dann nein 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 du hast du hast dich direkt vor mich gestellt sie kriegt das hier wieder weg du idiot ich habe gerade die kiste aufgemacht was hast du gemacht ich wollte die kiste aufmachen und du stellst direkt vor milch alt und dann habe ich das hier hin gespawnt was ist das das ist hydrogen ja schlimmer war das ist entflammbar macht jetzt keinen scheiß können wir ja einfach nicht zubauen dann ist wieder weg die quelle weg bauen ja geht scheiße hast du eine spitzhacke ja mache ich gleich ja okay gut schön dass wir das jetzt auch wissen dann dürfte das aber auch mit dem schwimmbad etwas schwierig werden weil klo ist auf dem gas das muss natürlich lösen gut also running with scissors war das gerade echt machen merkwürdige spiele so ich klicke jetzt hier nichts mehr an wenn ich hier so gefährlichen kram in der tasche habe genau stell dich einfach in die ecke und machen nichts bewegt dich nicht atme am besten auch gar nicht ja das spart sauerstoff so wie viel habe ich denn jetzt hier noch mal vier mehr vier und vier sind acht sind achten halb und ich brauche zwölf also vielleicht haben wir doch genug für eine rakete auch nur vielleicht also wie viel wasserstoff haben wir denn hier ja entschuldigung das ist halt so abfallprodukt ich brauche halt das karbonen habe ich jetzt ganz viel cellulose gemacht und hau die jetzt auseinander und so habe ich mal ein bisschen sortiert dann übrigens den wasserstoff auch einfach als fuel verwenden ja das ist ja auch nice man braucht den wasserstoff auch für das kokain kokain ach genau so und so und so und da haben wir ein karbon nanotube ich weiß dass du die auch einfach bekommen kannst indem du diamanten auseinanders nimmst haben wir diamanten genug glaube ich oh man äh wieso kann ich den karbon nanotube jetzt da nicht rausnehmen ach so weil ich vielleicht nicht genug zack da habe jetzt geht's vielleicht bräuchte dann einfach noch karbon für die things so noch einer dürfte nicht gehen genau so da fehlt mir jetzt noch ein bisschen karbon und dann kann ich hier äh in den heart wie ist der heart of a star so viel karbon wie das zeug frisst wäre es echt günstiger einfach ein paar diamanten reinzuschmeißen das braucht ja ein nanotube braucht ja vier stacks karbon das habe ich vorhin gesagt ja denkst du ich höre dir zu was guck doch jetzt guck doch mal den sieb da alleine sind schon acht diamanten drin ja gut denn 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 wie mache ich das denn aus diamanten für die diamanten in den decomposer packst du bekommst pro diamant äh drei karbon nanotubes so ja dann mache ich das hier wieder raus so karbon karbon ich räume hier mal ein bisschen auf ne oha veranstrengt dich nicht aufräumen ist mal so ne sache mal gewinnt man mal verliert man so dann nehme ich die diamanten hier raus hat durch dich durchgegangen als wärst du butter ja so das heißt ich kriege jetzt hier so einen diamanten ne wieviel diamanten hast du gesagt ne einen und dann krieg ich schon drei raus ahja das ist ja schön ja so dann will ich da noch ein bisschen aber die cellulose will ich trotzdem noch ein bisschen her weg machen die ich hier produziert habe ja ich brauche nämlich noch äh karbon ja so der karbon tue ich hier in die unterste kiste mit den anderen kleinen radarsch ja das ist ja wohl die unterste schubnagel aber äh selbstverständlich so mit dem oxygen können wir doch auch bestimmt was anfangen atmen so äh dann würde ich mal sagen äh shapecrafting äh ja äh 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 was ist das eigentlich äh 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 kann ich einfach so in der hand dann halten ne ja ich glaube warte mal ich idiot warum nicht ich brauche hier noch ich brauche hier noch mal dann nur ein sterben da so was das ist ja ich hab den äh ein heart of a star äh in der hand heart of a star heart of a star ähm 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 äh dann werde ich wohl noch einen diamanten klein machen müssen macht ja nichts so häufig verwenden wir die momentan eh nicht das was was war für die rakete als einziges genug haben ist aber auch nur weil wir das für sonst nichts haben außer für die pisten auf denen wir das mal herausgefunden haben das Based von 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 von